Willkommen zu einer weiteren Folge of Rainbow Six Siege! Mit Giddy! Nein! Und Assassin! Oder Focke! Oder Niklas! Oder Leck mir am Arsch! Ja! Ja! Nein! Doch! Okay, dann nicht! Schade! Okay, dann halt nicht! Sind wir gleich! Also Kapital hat ja keine Granaten mehr, die ich da vorher immer dabei hatte, ne? Ich halt hier! Blend! Bäh! Spung grad keine Granaten mehr! Haben sie weggenommen! Geben nie einen Piraten eine Granate! Ich spiel gegen Lecky Tabletti! Was denkst, warum er das Auge verloren hat? Deswegen haben sie den Spieler-Ganaten hergenommen! Dann ist lange nicht den La Rossella-Spieler wie immer die da hier, ne? Mit dem Auge hatten wir doch noch andere Story, warum er das verloren hat! Ja, die Story sind egal! Man muss ein gutes Spiel bieten! Und ich dachte bei Blick wie es war, es war, äh, bei Kyure Bindführern! Ja, irgendwie sowas! Dann gab's nur irgendwas mit Gasleck und so! Ne, das war hier, als er sich immer weggebrannt hat! Ich glaube Gigi, wo er sich mit dem Brandfall weggeknallt hat und gesagt hat, das war Gasleck! Okay, letztes Mal, wir haben doch immer so Namen erfunden für die verschiedenen, ähm, Zusammenkommenschaften von Operator, ne? Oh ne, jetzt komm ich schon wieder mit der Kacke, die hab schon gehört! Ich weiß das jetzt! Na hier, ähm, Blackbeard und Twitch war Bitch oder sowas, ne? Willst du wahrscheinlich? Ja, ja, ja! Oh nein! Ich hab letztens Bug gespielt und Candy Club Blackbeard und da hab ich gesagt, das ist nicht Black Bug, das ist Bug Blash! Ich hab das übelst abgefeuert! Das ist so übelst gelb was! Bug Blash! Komm, lass mal Bug Blash spielen! Oh, Treppe! Happen! Bandit! Treppe! Ja! Happen! 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 Ich hab mich selbst geblendet. Ignorier alles, was grad passiert ist! Ein Gegner verbleibt! Du, also das Video musst du auf jeden Fall gucken, die Aktion, die ich gerade gemacht hab! Ich hab Brandpfeile geschossen und bin reingegangen, wurde angeschossen und hab mich da das Ding gelegt, äh, dann hab ich Kopf hochgenommen, dann hab ich angeschossen und hab eine Blanche dem geworfen, hab mir erschossen und hab mich da selbst geblendet! Na ja, ich hab einfach als der letzte Tod war hab ich einfach ne Granate in die Hand gegeben, hat die gekocht und bin reingeratet Alter kommst du klar aus dem Ort gespielt er muss man treiben und spielen ach kommt drei Kanäle an Spassner ein wenn es die Klinik die Kinder zu ziehen bei den Kuhn was noch um so haben wir uns selbst schulden wörter und erster zum ersten von einem kurbel auch wenn ich schiefen er ist nicht mehr und wenn wir kommen ich bin auch keine drohe müssen wir sind denn ach ich das können da war ein Schroder so, da können wir mal die Lücke aufmachen ich hab nein, schreut gerne, schreut nein, nein, schreut nein, schreut nein, schreut 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 die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert ich muss den Tick zum Raum, also das ist so nett was war das denn gerade? keine Ahnung einer ist auf der Plattform oh, da ist die Plattform ich wusste nicht wo die Plattform ist, hab die gesucht nicht gefunden welche Plattform meinst du bitte? ja, bei den Lamellenfenster-Ding ich wusste nicht wo die Plattform ist, also welches Fenster ich da durchgucken muss ähm, Probleme Fuse oh nein du bist tot, ne? say goodbye öh das ist einfach nur scheiße, der Raum die Gegner sind ich hab kein Problem, was ich machen soll rein pushen Pitches das hat nichts zu tun äh, wow wahrscheinlich hat er mich erschossen wahrscheinlich hat er mich erschossen wahrscheinlich hat er mich erschossen mission gescheitert, eigener Druck neutralisiert nachher anschafter er schießt mich halt und das hat echt Spaß knallte Speck und rennt nachladen mit dem Raum sowas wird wer 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 Ah, ich hab mal verblügt, blöd BIRT Egal TWETCH Jetzt haben wir schon mit der Bitche, ey Und BUCK BUSCH Der BUCK BITCH Der BUCK BITCH Oder BITCH BUCK Je nachdem wie es da hilft Oder eine SLITCH Eine SLITCH, oh jawoll Scheiße Wie kommt man wild bei es? Ok Akzeptiere ich Einfach akzeptiert Einfach akzeptiert Nichts gesagt Oben glaub ich Oh ne unten Sollte ich das sehr nach unten Sollte ich das sehr nach unten Hattest in oben Oben Kinderzimmer Oben Kinderzimmer Sollte ich irgendwie unten Hallo Du fährst im Haus und denkst einfach bloß Es könnte überall sein Das hier zu halten Das war drünschen kaputt Heide Heide Oben 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 denn das kleine Fenster da oben mit meinem geilen Schild da dann heize ich einfach durch, wirst du ohne Verluste warte mal, haben die da rechts? warte, der hat da drauf gemacht ja, geil ich steh mich nie wieder hin und drohe irgendwo ganz vergessen wo sind da gewesen? hä? kloch, fuck wahrscheinlich ich hab da reingeschossen, voll auf den Drogen äh, mikroskopisch viel Leben Sani! was macht denn der Sledge bitte? ja, das macht der Kettel bitte, Alter ok, es ist das Sledge schüchst eine ganze Kugel trifft auch schon ins mit Holz und der Rekruter hat kein, was er machen soll ach, er merkt mal, dass ich hier liegen das ist ja auch wirklich erfreulich, ja Hi da war einer, du Idiot oh Gott, oh Gott, oh Gott und jetzt weggeputscht, wer das ist deine Schuld? wahrscheinlich oh tschüss oh tschüss ah ja, nein, du dich komm da steht direkt einer vorm Fenster vor dem rechten Fenster steht direkt einer oh man ich geh jetzt hier hoch er verteidigt sich mal im Krieg ist getroffen, ich war schon längst gestorben ja wahrscheinlich wartet er so lange wartet er so lange links war er noch irgendwo ich hab's laufen gehört ich hab's laufen gehört hä? mit dem Telefon du hast einfach das Vorgas rausgeputscht es kotzt den einfach nur an eigener Druck getötet doch ein Mensch fette Tabletti, ey alles klar er schießt den Luft in unserer Mage stirbt warum ich bin der einzige der kein Kill hat und bin erster von Punktzahl her was wagt hallo spiel auskunft auskunft was soll's was haben wir zu verlieren im kommst du mal krass ich schrote ich schrote das verlieren wir wenigstens freu ich mich drauf yay verlieren so gut genau ok ey ja das ist akzeptabel ja Raum ist ja akzeptabel akzeptabel warum kann ich gerade genau und schon zu sagen und hat ganzes Kindesvermacht kündigte eigentlich sind übel viel Drohnen, könnte ich vielleicht mal treffen die Drohne dagegen hat den Bio-Lokalisierung, weiß ich bescheid Alter, ich darf das Fenster nicht aufmachen WTF Und tot Tschüss Als ob Als ob die so schnell auf dem Baumhaus sitzen, was soll denn das tun? Was war denn das für ne Lucky-Granate, bitte? Auf dem Baumhaus, hör mal jetzt Ja, leg mich doch Kinderzimmer ist keiner, okay, nie Jetzt ist einer drin Zwei Nein, Schöpken muss nicht mehr Nein Scheiß Weil er auch nicht springt, ey Und relativ Ja, klar, springt letzte Luft Ja, klar, doch Heiß, ob es klappt Jetzt ist so tot Der Rommel eingenommen, du Tropf Putz tot Die Gegner sich an den Behälter Einer Probe eliminiert Gott war das Behinderung Nice Ich bin immer noch der erste von Punkten näher und hab noch nicht ein Kehl Dann ne Beine nachgegeben Nice Das war das Erfolge Rainbow Six Siege Der Helm sieht geil aus, muss ich sagen Schön, nein, schön, doch, der sieht cool aus Schön, nein, schön, Tag, auch wiedersehen, bis zum nächsten Mal, der ist schön Tschüss Tschüss